Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Die FNCS für diese Season wurde tatsächlich um ein bisschen was verschoben und dazu werde ich euch jetzt einmal alle Informationen in diesem Video zeigen, was sich da auch für die ganzen Wochen danach noch verändern wird. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und werdet natürlich in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dass ihr auf jeden Fall gerne ein Abo da. Schaut natürlich gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei und tragt euch auch gerne Minecraft oder Code The Aircraft im Itemshop ein. Und ich würde sagen, damit schauen wir uns direkt mal den Tweet an, den Fortnite Competitive gestern noch rausgehauen hatte. Das war leider nachdem ich das Video von gestern gemacht hatte, deshalb gibt es jetzt nochmal ein extra Video dazu. Und dort hatten sie geschrieben, dass sie einen Bug entdeckt haben, der immer mit dem Update 15.30 hinzugefügt wurde. Das kam ja erst, glaube ich, gestern oder vorgestern raus und da gibt es jetzt irgendwie einen Fehler, dass manche Spieler immer nicht in Tournaments reinschauen können, beziehungsweise immer nicht in die Queue reinkommen für die Tournaments. Und das wäre natürlich relativ unpraktisch, wenn dann FNCS stattfindet und dann über die 10% der Spieler gar nicht in die Games reinkommen können. Deshalb wollen wir das Ganze auf jeden Fall fixen. Das gilt natürlich für alle Tournaments, also es zählt nicht nur für FNCS, allerdings haben sie bisher nur FNCS verschoben. Und FNCS wird auch nur eine einzige Woche nach hinten verschoben, sollten ihr wahrscheinlich alles relativ schnell fixen können. Und da wir ja nach der dritten Qualifier-Woche auch eine Buy-Week haben, wo an dem Wochenende dann kein Cup stattfindet, wird im Prinzip dann diese Buy-Week einfach gefüllt mit dem dritten Qualifier. Und die Finals finden danach ganz normal statt, das heißt die Semifinals, den Reboot-Round und die Finals finden zum genau gleichen Datum statt. Und sozusagen findet das Qualifier 1 an dem Zeitpunkt statt, wo sonst das Qualifier 2 wäre. Das Qualifier 2 dann, wenn das Qualifier 3 wäre. Und das Qualifier 3 eben halt in dieser Buy-Week, wo sonst eigentlich keine Cups gewesen wären. Das heißt, die FNCS endet am genau gleichen Zeitpunkt, aber startet eben halt etwas später. Denke ich mal, sollte auf jeden Fall ganz in Ordnung sein. Und jetzt während der Zeit, wo eben halt das Ganze fixen, wird es logischerweise auch keine anderen Tournaments geben. Wir haben ja ansonsten zum Beispiel am Samstag auch noch abends den Solo-Cash-Cup, wo wir natürlich eigentlich auch ein Tournament-Format haben, wodurch man dort wahrscheinlich auch immer nicht rein-tunen kann. Maybe werden wir es eventuell schaffen, bis dann zu fixen. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Und deshalb werden wir wahrscheinlich auch den Cup am Samstag dann immer nicht spielen können. Vielleicht wird er irgendwie verschoben nach Mittwoch oder so in der nächsten Woche, dass wir das auf jeden Fall trotzdem behalten. Und dann kann es natürlich sein, wenn wir es bis zum Montag auch nicht haben, dass dann zum Beispiel auch der Trio-Cash-Cup damit verschoben wird. Aber ich glaube, die sollten auf jeden Fall nicht zu lange mit dem Bug brauchen. Und wenn das alles behoben ist, dann werden natürlich alle Cups ganz normal weitergehen. Aber selbst wenn die jetzt vor dem Start der FNCS sozusagen noch schaffen sollten, wird trotzdem die FNCS nicht mehr an diesem Wochenende stattfinden. Das wollen wir ganz einfach machen, dass man eben das nicht erst eine Stunde vor dem Cup letztendlich weiß, sondern dass man ein bisschen da eben halt vorher auch noch planen kann. Und letztendlich ist auch kein großer Change. Aber wundert euch da auf jeden Fall nicht, dass jetzt immer die Zeiten anders sind, dass es einfach eine Woche später stattfindet. Liegt ganz einfach daran, dass es wie gesagt einen Bug gab. Werden die hoffentlich alles beheben können. Im schlimmsten Fall könnte es natürlich sein, dass es auch noch weiter verschoben wird. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht, weil so ein Bug mit Q'en sollte auf jeden Fall relativ schnell eigentlich behoben sein. Wir müssen auf jeden Fall das Beste dafür hoffen, dass am besten natürlich auch der Solo-Cup und so weiter alles stattfinden kann. Und damit sind wir auch schon mit diesem Video durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut natürlich gerne nachher auf dem Twitch-Kanal vorbei. Und ansonsten sehen wir uns im morgen Video wieder. Bis dahin. Ciao.